geil doch es regnet ja ich sag ja doch es regnet schon jetzt regnet es nicht ja bei mir ist zwischendurch regen dann kein regen regen kein regen schau mal werden wir gleich sehen was macht man eigentlich wenn die eltern zu besuch kommen ich meine ganz im ernst was macht man dann mit denen ich meine du kannst mit denen nicht zocken sich eine schwierige frage unterhält man sich aber mit über was will man sich unterhalten ja mein leben ist so wie immer und wie es eure ist auch so wie immer ganz toll sehr interessant wenn du dann auch regelmäßig mit denen telefoniert erzählst den eh alles ja das stimmt wie alt bist eigentlich 27 27 ok ich hätte im juli 28 wieso bin ich noch so schön jugendlich und hab das hoffe ich doch höre ich bin 27 und mir fallen mittlerweile die haare aus mann naja ich habe auch seit zwölf jahren aber das kein wunder mann dass ich dann mal irgendwo meine klatze für kriegt dann aber noch geht es aber ich habe echt haare verloren um kopf man das ist echt uncool ja passiert kann man nichts gegen machen muss jeder mit leben sucht sich keiner aus ja ja am ende ziehe ich eh ein tütüchen an und scheiß drauf just kidding ich hätte nie also das ist nicht geplant ich rasiere sie mir halt dann einfach ab mann ich habe eh mal militärschnitt eigentlich hinter uns aber wir sind doch eben da vorne gespawnt ja wir müssen nur ein bisschen aufpassen ich kann mit psu gar nicht naja das ist erst mal dass ich ein psu und ein size group dazu nutze weil ich kann mit psu gar nicht bringt der griff an der sgs was ja das hat halt weniger recoil aber merkt man da wirklich was ja schon ich weiß nicht wie die leute mit dem psu klarkommen und ich will es nicht ja hinter uns ist schon ein sniper wir legen uns links dann mal auf die auf die bergchen rauf oder wie man es auch immer nennt auf was ist ein disko bei eigentlich eingestellt 50 meter what the fuck vor uns wird geschossen ja ja das sind musikspieler echt ja schau mal ob die spieler sind äh dinger mann also du musst hören ne ich hab keinen hitzig aber ich höre nicht so viel ich höre nicht so viel pass auf auf so einem hügel ist man es auch leicht zu erkennen ja ich weiß ja ich sehe schon ein flitzen alles klar alles klar bin weiter rechts an dem hügel ne ja wo waren die jetzt boah ich muss auf jeden fall mein scoog erst mal hoch stellen also 100 ist nicht zu hoch machen ich werde es vielleicht sogar 50 lassen und dann ein bisschen drüber ziehen lieber naja die fangen dann an zu rennen mann deshalb will ich vielleicht gerne kleinen surfen moosen mann gottswurz ist so spannend wie eh und je boah fuck that shit ich hasse diese camp oh ja 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 ich sehe dich ja hallo mister wie weit weg oh das ist sogar ein scarf mann hast du nen scope drauf ähm rot und äh also je nachdem wie weit er weg ist ja er steht halt mitten auf dem platz da ne ich komm hier ganz hoch kannst du irgendwie höher springen oh 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 ich sehe einen what the fuck oh da ganz auf der anderen seite von der map man that's crazy man achten ich bin jetzt auch oben auf dem stein wo ist denn der scuff hier ich sehe ihn gar nicht baut machen wir mal 150 oh ich hab mir jetzt geleckt und jetzt falle ich runter hier Ich bin vor dem Felsen, also Achtung. Wie kommen denn die Schüsse hierher? Ich kann einfach nicht sehen, wie die Kugeln... Oh, meine Fresse, ich schieße ja mehr als nur zu tief. Alles klar. Ich lebe mal nach. Die sind auf der anderen Seite gespawnt, zwar im Antium. Medium gegillt und Mosin schießt, glaube ich, die ganze Zeit auf die. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich sehe gar nichts von hier, wo ich bin. Ah ja, ich sehe nicht sehen, alles klar. Wo bist du denn? Ich bin oben drauf. Ich sehe nicht. Wow, wow, wow. Also, das sind mindestens zwei. Wie weit sind die weg? Oh, ganz schön, Mann. Oh, ich habe schon wieder zu tief geschossen. Oh, da oben ist der Sniper-Scoop. Ja, bring ihn um, ne, wenn du kannst. Ja, super. Also, als Sniper bin ich echt nutzlos. Ich schwöre es dir, die Typen leben immer noch. Hey, warte mal, läuft der da jetzt übers offene Gelände, Mann? Ja. Oh mein Gott. Wo? Gott, ich snapper nie wieder. Ich bin darin so scheiße. Da kriegt man ja Depression, Mann. Oh, jetzt sind sie wieder dahinten. Alles klar, Bro. Hey, das ist nur einer. Wo ist denn dein Homie hin? Hä, wo ist dein Homie, Bro? Ah, der ist ja sein Homie. Alles klar. Ich glaube, ich habe fast gehört. Wie weit sind denn die weg? Ist echt schwer zu sagen, Mann. Weit oder nah? Ziemlich weit. Ich meine, die sind auf der anderen Scheißseite. Merken die denn, dass die Schüsse da einschlagen? Äh, es scheint so. Aber, ähm, ich habe meinen Scope auf 200 Meter hingestellt und ich glaube, das ist ein bisschen überzogen. Ich mache jetzt mal wieder... Ja, ich muss jetzt mal kurz eins meiner Max noch lernen. Aber da kriegst du ja Depressionen, Mann. Also ich bin echt scheiße im Snipern. Ganz ehrlich. Ich habe echt schon miese Leistungen abgegeben, aber so scheiße noch nie. Haben wir die pushen? Alter, die sind auf der anderen Seite von der Map. Gerade. Na und? Und die sind zwar gar nicht so übel... Warte mal, ich bewege mich jetzt auch mal. Das war close. Ja, so viel zu, das war close. Läufst du? Ja. Bitte nicht, bitte tu mir das jetzt nicht anspielen. Bitte nicht! War ja klar. Was ist los? Ich bin runtergefallen, aber wenigstens habe ich mir nicht gleich die Beine ausgeblägt. Hey, die werden jetzt demnächst von hinten kommen. Glaube ich. Ja, wir sollten wieder zusammen bluten. Ja, ja. Ich... Lauf jetzt einmal vorn um den Berg. Hey, ich bin schon wieder oben auf dem Berg. Dann laufe ich wieder nach hinten. Bist du? Ne, ne, das ist Mr. Mosin, man. Ist das weiter? Ja, ja, die sind da immer noch. Das ist da mal. Die Jungs sind echt ein Fall für sich, man. Okidoki, man. Also, das war nicht mal nah dran. Nicht mal schwer. Hüpfst du gerade rum? Nein, das ist der Mosin... Achso, ich habe mir wehgetan, aber der Mosin-Man hat hier vorne gerade rumgeschossen, ne? Sag mal, ich fass es nicht, man. Ich bin nicht mal nah dran, oder wie? Hey, ich muss unbedingt mein Scoop-Up-Radio sehen, aber ich sehe auch gar nicht, wo die Kugeln einschlagen. Das macht es nicht gerade einfacher. Ach, wo sind die denn? Auf der anderen Seite bei der Mauer und einer ist gerade AFK, man. Betrifft sie nicht? Scheinbar nicht. Hast du überhaupt genug Munition dabei? Eigentlich nicht, ich muss jetzt eigentlich aufhören gleich. Aber Munition für die SKS findet man bei jedem zweiten Bot, also von daher. Ja, weil das dieselbe ist wie für die Wepper. Alter, warum tust du die ganze Zeit weh hier, wenn ich da 10 Zentimeter runterrutsche? Ja, ja, die bewegen. Krass ist, dass die da immer noch hinten sind, gewesen sind. Ja, wollen wir ja die pushen, oder wollen wir mal Richtung Bein? Ja, wir gehen auf jeden Fall mal näher ran, Mann. Weil ich habe jetzt so viel BP-Munition an die verschändet. Ich kann noch ein Magazin voll machen, aber ich glaube, ich bräche mir jetzt gleich wieder die Beine. Ich bin schon wieder in der scheiß Mulde aus, wenn man nicht rauskommt, ohne dass man sich die Beine bricht. Ja, ich bin jetzt gleich vor dem Berg hier. Komm jetzt um die Ecke. Ja, wo bist du denn? Ja, ich bin hier oben. Fertig? Ja, ja, ich komme jetzt runter, aber ich weiß noch nicht so ganz wie. War ja klar, Mann. Ja, okay, die sind da hinten. Die Richtung, wo ich gerade laufe. Wo bist du? Ja, ich bin hochgelaufen, um zu gucken, wo du bist. Ich komme runter. So, bist du unten? Ja. Ich laufe gerade vor dem Berg. Weißt du nicht. Hörst du was? Ja. 100 Meter sollte reichen jetzt. Also ich höre dich. Mach lieber 50. Ne, ne, ich versuche die schon wegzusnipern. Ich meine die... Die verschießen ist besser als die verschießen. Das Ding ist, du siehst einfach gar nicht nie, wo deine Kugeln hier einschlagen. Das Ding ist, du siehst einfach gar nicht nie, wo deine Kugeln hier einschlagen. Waren die hier hinten, wo sie gerade hinlaufen? Ah, die waren hinten an dieser Straße oder was? Ja, ja, hinten bei der Mauer. Alter, das ist ja super weit. Keine Ahnung, scheinbar mehr als 200 Meter. Aber eigentlich habe ich aus erhöhter Position geschossen, da kann man eigentlich nicht noch ein weiter schießen. Okay. Die laufen ja auch manchmal das Gas rum, ne? Ja. Da oben waren die vorhin. Hier oben in meinem Brotpunkt sehe ich hier nichts. Ich weiß aber nicht, ob wir die über offenes Feld pushen wollen. Nee. Hier vorne läuft einer. Ja, vorne. Headshot. Nice. Nummer 8. Hinter mir ist einer. Hinter dir. Ich komme zu dir. Ja. Oder habe ich dich gerade gehört? Hast du ihn gehört? Ja, ja. Beweg dich nicht. Hört nach. Ich glaube, ich habe nur schon mal wieder dich gehört. Und es hat sich schon gehört, als würde das von überall herkommen. Nun, ich frage mich echt, wo diese beiden Typen jetzt sind. Guck mal, ob ich hier noch mehr Staff sehe. Was hast du denn, mein Freund? Eine Saiga. Bist du gerade neben mir her? Ja. Eine Saiga hatte der, oder wie? Ja. Willst du es im Treffort haben? Oha. Da ist ein Spieler, ne? Einen habe ich. Unden am Schlein, ist der tot? Nein, nein, ich bin nicht tot. Ich bin unten beim Fluss, der andere ist tot beim Auto. Den habe ich umgebracht. Könnte sein, dass der andere tot ist. Nee, der lebt noch, der lebt noch. Er schießt aus Milch. Ja. Ja. Ja, sein Homie ist sowas von tot. Ich halte uns. Ja, ist tot. Headshot. Aber der hat sauviel, glaube ich, kassiert. Sehe ich jetzt. Ja, ey, ich habe sauviel Schaden an ihm gemacht. War der auch hinten beim Strand beim Auto? Nee, der war ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter hinten. Hinter dem Stein weiter. Woher sterbe ich denn immer? Woher sterbe ich denn immer? Woher sterbe ich denn immer? Ich habe den Kleinen hier. Ich habe dem einen 300 Schaden an seiner Armut gemacht. Und der müsste so gut wie tot sein. Und der müsste so gut wie tot sein. Scheiße, ich muss mich heilen. Sein Homie ist tot. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Okidoki. Okidoki. Zuerst mal. Hau ich jetzt mal meinen Schall einfach weg, weil den mag ich wirklich. Denn ich habe keine Munition mehr. Ey, waren das nur zwei? Ja, zwei Stück habe ich gesehen. Oh scheiße, eine ist ins Wasser gefallen. Deshalb freut es jetzt. Oh. Cool, cool. Gen 4, die ist aber tot. Und einen komischen Helm. Ja, die habe ich kaputt geschossen. Nein, das war der, den ich umgebracht habe. Achso. Dann sitzen wir mal das. Und nehmen das. Und das. Dann sag mir mal gleich wie die Armour von dem anderen Typ ist. Dick Ren heißt der. Und der andere heißt Andy oder Andy. Ja, Andy 01. Ja, ok. Der hat mich gekillt. Er hat einen M1. Und eine Fort Armour. Boop, boop. Ist die Fort Armour noch ganz? Ja man, die hat noch 48 Punkte. Ey, ich habe die ganze BT auf den geschossen. Dann ditsche ich meine jetzt weg hier. Ja, von dir muss ich ja wieder nichts mitbringen, weil du hast wieder nichts versichert, ne? Ja. Das Ding ist keiner von denen hat Painkiller, man. Das ist echt uncool. Ich habe Painkiller in meinem Pocket. Ich nehme das jetzt auch mal mit. Okidoki. Ja, ich schätze mal, ich nehme die AK. Boop, der hat einen Thermalscope drauf gehabt. Ja, deswegen hat er mich vielleicht... Was für ein Idiot, Alter. Der ist echt crazy, Mann. Ah, da ist noch einer. What the fuck? Ich glaube ich jetzt nicht. Ich habe noch einen. Geil. Also danke, Bro, für deine Waffe, ne? Achst du meine gut? Firma Minotaurus, appreciated. Ha? Hast du meine benutzt? Ne, ne, seine, die meins. Achso. Aber die ist zwar viel beschissen, als ich dachte. PS benutzt ja auch, fuck. Eigentlich will ich die Waffe jetzt nicht mehr so. Woah, und meine Penkele lassen nach. Du kannst meine Magazine leer machen, da ist BT Munition drin. Scheiße, Mann. Ja, meine Penkele lassen nach. Ich weiß nicht mal, wo ich extracten muss. Bestimmt hinten bei der Waffe. Outskilled. Outskilled, ja. Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall Penkele. Was ist eigentlich? Ich habe eigentlich nur Fracture, Mann. Aber mal wieder keine Splinte mitgenommen. Wie gesagt, meine Profit ist noch immer Penkele. Ich bin jetzt mal richtig dumm und looty nochmal. In der Hoffnung, dass die einen Splint dabei haben. Penkele. Noch ein Penkele. Use. Serge. Okidoki, Mann. Ah, es hätte ja irgendwas Gutes dabei. Ja ok, ich verpiss mich jetzt. Ich habe zweimal noch Painkiller und das hätte eigentlich auch. reichen, um aufzukommen. Ich meine, wenn ich lebend rauskomme, ne? Boah, die waren echt riefigiert, Mann. BIP, Mann. Er ist echt nur wegen dem scheiß Helm gestorben. Ich habe so viel Lärm gemacht und er hat mich einfach nicht gehört, Mann. Ich töte den mit einer SGS mit Schalldämpfer. Er töte dich, der Vollkrach mit einer AK und denkt jetzt, Mann, what the fuck. Das ist echt mal was Interessantes, was Neues. Warum sterbe ich eigentlich immer? Ah, keine Ahnung. Ich bin halt in Deckung gegangen, ne? Und habe die ein bisschen mehr auf mich zukommen lassen. Ja, ich habe den Typ nicht gesehen. Ich habe noch einen Busch gesehen und habe ihn durchgescraten. Ich glaube, dadurch hat er genau gesehen, wo ich bin. Ja, er hatte so oder so einen Thermalz. Das krass ist, er hat öfters auf mich geeinemann. Egal, Alter, dann machst du wieder richtig Lust bei so einem Professor. Ja. Und das coole ist, ich habe den Scheiß jetzt endlich mal ausgenommen. Na ja, noch bin ich nicht raus, Mann. Und ganz ehrlich, das Stück hier mag ich überhaupt gar nicht. Das ist 65 Kilo. Kein Wunder, dass ich so schnell Samina verlieren habe. BP, Mann. Ich schwörste, die ist durch seine Arme durch wie Butter, Mann. Ich meine, die Sätze, die ich sage, macht irgendwie keinen Sinn, ne? Ich habe eine Sautrasse M4 von der einen Fest von Zins bekommen, ne? Voll in Einzelteile zerlegen und verkaufen, ne? Weißt du, welche ich meine? Ja. Und ich habe noch eine Block bekommen, die heißt Fischer. Die hat den Fischer Silence da drauf. Ja, und die hat... so rote, äh, Visiere. Und... Ein Thermalscope. Snake Eye. Nein, Snake Eye heißt die. Die Schlangenauge. Nicht, dass es irgendwas bringen würde. Weil ich meine, Schlangen sehen doch, haben doch, glaube ich, Wärmebild, oder nicht? Boah, ich glaube, Schlangen sind so gut wie blind, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ich meine, über ihre Zunge, Mann. Und die M4 solltest du zerlegen? Ja, ja, komplett in alle Einzelteile und dann verkaufen. Fang bei Skier an und verkauf dann den Rest bei mich an. Hallo, kann ich hier jetzt auch mal Extractieren? Ja. 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 Scheiße. Aber die SKS ist echt gut. Dieses seitliche Ding ist besser, als ich dachte. Das Problem ist, der Skub ist scheiße. Ich habe das PSO schon immer gehasst. Ja, den einen habe ich in den Chess geschossen und den letzten habe ich in Headshot gedrückt. Hast du meinen Doctack mitgenommen? Nope. Brauchst du das? Nee, ich hätte gerne gewusst, wie ich gestorben bin. Das steht da vielleicht nicht drauf. Was? Wow, Mann. Damage Assorbed bei Ammon nur 93. Ja, das ist BP, Mann. Beste Ammon-Spiel. Die Penetration ist so hoch, Mann. What? Wart man jetzt hier eine Sekunde. Ich habe drei umgebracht. Aber mein Longest Shot Distance, also wo ich einen getroffen habe, war 383,71 Meter. Geil. Dann hast du von da oben doch was getroffen. Ja. Ich habe 420 Damage zum Body gemacht. 118 Schuss verschossen, von denen ich nur 12 getroffen habe. Das ist so ich, Mann. Ich brauche immer zehnmal so viel Munition, wie ich eigentlich brauche, um die umzubringen. Aber es passt schon, Mann. Der Lot war ziemlich geil. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht gar nicht gelotet habe. Aber das hat... Mal... Ja, du hattest ja nichts. Ja, es hat schon gepasst. Obwohl... Warte mal... Sein Saliva war ja schon tot. Oder war das mein Saliva? Ich glaube, das war meins. Die M1. Und ne Ford, Mann, die echt noch gut war. Aber seine Gen 4 ist total erschart. Ja, okay. Ähm... Ich bin wieder bereit. Ja, warte. Ich bin mal das... Ja, warte.